Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Montagmorgen, der 24. April 2017. Hier ist die Geek Talk Daily 103. Letzte Woche haben wir die 100 mit dem Achim überschritten. Und für euch heute spricht ein der Martinet Pogipsi-Rechsteiner. Die Themen von der heutigen Folge ActX, Bose, Anbox, Fotoscan, Bixby Button, Kindle, Apple Watch, CarPlay und Schleim. Beginnen wir doch gleich mal mit ActX. Ist zwar ein Thema, das noch von Ende letzter Woche ist, aber dennoch für die doch etwas wahrscheinlich Älteren unter unserer Hörer eine Serie, die man früher gern geschaut hat. Zumindest ich. Ich habe da immer den lieben Herrn Mulder und der Frau Scully, die nach wie vor relativ hübsch ist, nicht in die Karten geschaut, sondern halt einfach mich erfreut, wenn sie wieder mal ganz knapp vor einem Pfund der Ausrögerischen waren. Und da geht es jetzt weiter. Nämlich ab diesem Sommer werden 10 weitere Folgen abgedreht. Nach wie vor ist Chris Carterer Produzent, der Ausführende, und die beiden Hauptdarsteller sind mit dabei. Ich freue mich schon. Auch wenn es irgendwie ein bisschen nachgelassen hat, das Ganze. Aber dennoch. Statistiken sind immer so ein Ding. Und ja, Zufriedenheitsstatistiken erst recht. Eine solche gab es jetzt aber von Strategieanalytics. Mein Gott, viel zu früh am Montag. Auf jeden Fall. Die haben herausgefunden, dass Nutzer des CarPlay-Systems zu 85% glücklich sind damit. Ich weiss, wir haben einige Hörer bei uns, die auch ein CarPlay-System besitzen. Planet Kai, Peter, Renato, meldet euch doch mal, wie zufrieden ihr damit seid. Dann geht es weiter mit dem Thema N-Box. Wenn man es genau nimmt, oder irgendwie so ein bisschen Chrome OS, das Google-eigene Desktop-System, ist ja auch irgendwie ein Linux-Derivat. Darauf läuft Android. Deshalb müsste es rein theoretisch auch möglich sein, Android auf einem Mahlen-Linux laufen zu lassen. Dazu gibt es jetzt ein Open-Source-Projekt, logischerweise. Und das nennt sich N-Box. Damit lässt sich Android nicht emulieren, wie andere Systeme, die es bereits gibt, sondern vollwertig laufen lassen, wie das Ganze funktioniert. Könnt ihr euch anschauen. Wir haben es verlinkt, wenn ein Gadget-Beitrag. Das Ganze ist aber noch in der Prä-Alpha-Phase. Also denkt nicht, ihr könnt auf eurem Linux-Device nächstens mit Snapchat-App und so weiter rumdoktern. Das geht natürlich noch nicht. Und oder halt auch manchmal mit Bauchschmerzen. Wenn es wer ausprobiert, gerne in die Kommentare damit. In der letzten Woche hat der Achim von der Google-Fotoscan-App berichtet. die App, mit der ihr eure alten Bilder auf iOS und Android-Devices einscannen könnt. Also diese Bilder, die es früher auf Papier gab und von den alten Fotoapparaten quasi kamen. Und da hat er ein paar Dinge vorgestellt. Etwas, was ich da noch rausgefunden habe, oder besser gesagt auch der Google-Watch-Blog. In den Einstellungen gibt es seit dem Update eine Möglichkeit von drei Einstellungen bei der Konfiguration. Scan-Option, hohe Qualität, niedrige Qualität und Debug-Bilder speichern. Also ihr könnt besser gesagt zwei Dinge wählen. Hohe Qualität oder niedrige Qualität. Wer da sich ein bisschen mehr Mühe geben möchte, halt ein bisschen mehr Zeit einrechnen möchte oder kann, der sollte da auf hohe Qualität gehen, weil sonst in ein paar Jahren werdet ihr es sicherlich bereuen, wenn ihr das Ganze nicht mit allerhöchster möglicher Qualität eingescannt habt. Das nächste Thema ist auch letzte Woche beim Achim drin gewesen. Ich glaube, das gibt noch ein Katz-und-Maus-Spiel, sprich, das werden wir noch ein paar Mal drin haben in der News-Folge. Der Bixby-Button auf dem Samsung Galaxy S8, derjenige, der dazu da ist, um den eben Bixby-Sprachassistenten zu starten, der konnte man ja quasi mit einer App umgehen, quasi eine andere App oder einen anderen Dienst drauflegen. Samsung hat ja da ein Firmware-Update rausgehauen. Das hat ja der Achim euch letzte Woche erzählt. Jetzt gibt es wiederum eine neue App, die nennt sich Bixby-Button Remapper. Mit der könnt ihr wiederum das Gefixte von Samsung umgehen und euch da euren eigenen Sprachassistenten der Wahl und oder eben eine andere App drauflegen. Denn ich denke, wie gesagt, bis zum Start ist ja diese Woche soweit oder Ende dieser Woche soweit, wird es da noch das eine oder andere geben. Ja, wir werden sehen, wer schlussendlich gewinnt. Dann kommen wir zu Amazon und dem Kindle. Die gibt es ja bekannterweise jeweils, ich glaube, das ist immer im Herbst, bin nicht mehr ganz sicher, aber ich dachte immer im Herbst, neue Versionen. Und der neueste soll laut Gerüchte wasserdicht werden. Ein Ding, was eigentlich schon sehr, sehr lange Zeit wurde. Denn wir nutzen zumindest ein Tolino, glaube ich, und einen von Kobo, der schon lange wasserdicht ist. Es gibt nichts Angenehmeres als eben wasserdichte Geräte. Ich sehe schon beim Smartphone, was wir täglich nutzen. Wenn man sowas mal hat, möchte man es nicht mehr missen. Etwas, was mir aber gar nicht gefällt, ist, die neue Version sollte deshalb eine Glasscheibe bekommen. Das würde dann auch wieder heissen, dass das Ding ein bisschen nicht mehr ganz so bruchsicher ist. Hoffen wir, dass nicht alle Gerüchte stimmen, die da so im Umlauf sind. Dann gab es, wie hat es MacLive getitelt, Schock für alle Apple Watch Besitzer. Google, Amazon und Ebay haben ihre Apple Watch App eingestellt. Bei Google scheint es anscheinend wirklich dauerhaft zu sein. Die haben auch die ganzen Support-Foren-Beiträge, die sie haben, gelöscht. Ziemlich hässlich und unschön. Da jetzt ja eigentlich auch die Apple Watch, oder besser gesagt, das iOS offener ist für Android-Wear-Uhren. Aber ja, bei Amazon wird immerhin noch für die App geworben. Und von Ebay gibt es Rückmeldungen, dass das ganze Fehler, was auch immer geworden sei, man das relativ schnell wieder fixen möchte. Sehr komisches Geschmäckle, vor allem, dass quasi innerhalb von einem Monat die drei, ja, sind doch eine, doch, das waren drei der ersten Renn-Apps, die es für die Watch gab. Unschön. Erinnert mich, ich muss meine dringend endlich mal reparieren lassen. So ein Leben ohne Apple Watch ist schon nicht schön. Aber ja, Bose hat aktuell eine Klage am Hals. Aktuell ist es noch eine Single-Klage, also von einem einzelnen Kläger. Doch der ruft zu anderen auf. Sprich, er möchte eine Sammelklage draus machen. Denn nach seinen Aussagen oder Erfahrungen sammelt Bose Nutzerdaten von seinen, zum Beispiel Quiet, wie heisst dieses Ding? Quiet Comfort 35 oder den, was ich habe, den 25er. Die sind ja alle mit einer, oder kann man alle mit einer App koppeln. Und daraus soll anscheinend Bose, ja, rauslesen, was ihr hört, welches Radio, welche Musik, etc. Und dann, böse, böse, das an Dritte weiterverkaufen. Wie das ausgeht und warum sie das tun, warum, ganz klar, wegen Geld, ob sie es wirklich tun, das werden wir sicherlich bald mal hören. Aufhören möchte ich die heutige Folge mit ein bisschen Schleim. Ja, 70er Jahre, ich bin 80er Jahre Kind, aber in den 70er Jahren und eben auch ein bisschen in den 80er Jahren gab es diesen Schleim, den man so an die Wand knallen kann, kneten konnte und so weiter. Der erlebt aktuell gerade wieder einen riesen Hype. Zumindest in den Staaten verdient sich da Teenager Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende von Dollar pro Monat, sofern man einen Beitrag von T3N Glauben schenken mag. Lustig, was dieses Internet alles bringt, bietet und für Möglichkeiten offenlegt. Wirklich sehr, sehr spannend. Muss ich verfolgen und ich denke, das wird nicht mehr lange gehen, kommt es auch mehr bei uns. Anscheinend laut T3N eher auf YouTube statt auf Instagram, wie in Amerika, aber ja, wir werden es sehen. So, diese Woche bin ich für euch da, liebe Hörer. Meine Ferien sind rum. Ich brauche jetzt nochmal ein paar Tage. Nee, ja, es beginnt wieder. Kinder in der Schule, im Kindergarten und ja, bei mir heisst es wieder fleissig bloggen und andere Dinge tun. Podcasten natürlich. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in diesen Montagmorgen. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder und ja, euch einen wunderschönen Tag. Euer Poughkepsy. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.